Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 3. Ja, oh man, ähm, da hat gerade erstmal mein Mikrohalter gequietscht. Wie konnte man denn nochmal ein weiteres Grundstück dazu kaufen? Denn das liegt ja hier nun auch noch an, damit wir hier mal, ähm, das alles etwas ausweiten können. Das ist toll. Ich bin noch nicht mal fertig mit dem Stall und ich rede schon vom Ausweiten. Der, äh, des Grundstücks. So, Fabi musste auf die Toilette, ne? Ja, gut, der geht schon hin. So, wie konnte ich das jetzt machen? Konnte ich, warte mal, stopp, 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 stopp. Konnte ich das nicht irgendwie hier am PC? Wir können den PC übertakten, yay. Ähm, Immobilien ansehen, ging das da drüber? Weiteres Anwesen kaufen. Da schiebe ich doch erstmal ganz energisch hier den Stuhl beiseite. Und, ähm, guck mal, was das Ganze hier so bringt. Ich bin ein Computerfreak. Was bedeutet, dass ich nichts lieber tue, als den lieben langen Tag vor den Bildschirm zu hängen? Grundstück wählen, das du als weiteres Anwesen kaufen möchtest. Das hier. Das würde ich gerne kaufen. 5.000 kostet das. Das kostet ja gar nicht viel. So, damit haben wir ein weiteres Grundstück gekauft. Jawohl, ja. Wer joggt da bei unser Grundstück? Wer ist das? Wer ist da verschwunden? Ah, schön. Ja, weil hier wollte ich nämlich ganz gerne einen, ähm, ja, Springplatz drauf bauen. Ich schaue gerade. Noch mehr Plätze hier, so in direkter Umgebung. Haben wir jetzt gar nicht unbedingt, ne? Nee. Nee, nee. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier nur einen Springplatz drauf baue oder generell ein paar Sachen. Ich würde hier auf jeden Fall schon mal ein paar Cavaletti draufstellen. Also das definitiv. Ich würde jetzt hier gerne den Verbindungsweg bauen. Das wäre toll. Also ich möchte definitiv schon mal ein paar Cavaletti bauen. Ich glaube, ich habe sowieso den Invisible Jump noch nicht für die Hindernisse. Das heißt, meine Pferdchen könnten sowieso über sowas hier noch gar nicht drüber hüpfen. Ähm, ich glaube zumindest, dass ich den noch nicht habe. Ich glaube, den habe ich bislang vergessen, mir runterzuladen. Ist natürlich auch toll. So, ich habe hier nämlich ganz, 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 ganz viele coole Hindernisteile gekauft. Natürlich sind die nicht gekauft, die sind runtergeladen. Kostenlos. Auf Raymond Equestrian Center, so irgendwie. Und, ähm, da würde ich jetzt gerne erst mal, genau, diese Teile habe ich auch, diese Standarddinger. Da würde ich jetzt gerne erst mal so ein bisschen was von aufstellen. Ähm, gut, über die hier können sie auch so drüber springen. Das liebe ich, ja. Schön. Ähm. Da muss ich mal gerade gucken. Wo sind denn die Cavaletti? Das sind einfach nur Stangen. Wo sind die Cavaletti? Da sind die Cavaletti. Gut. Und die würde ich hier nämlich ganz gerne, wie gesagt, schon mal platzieren. Ich stelle jetzt einfach hier erst mal ganz grob irgendwie hin. Ich werde jetzt noch nicht großartig irgendwie einen Reitplatz aufbauen oder sowas. Das mache ich jetzt noch nicht. Ich möchte gerne erst mal, ähm, dass ich hier überhaupt schon mal was nutzen kann. Das ist mir jetzt gerade als erstes mal wichtig. So, ähm, wenn man die als Reihe aufbauen will, sollte man darauf achten, dass man die immer hier auf diesen Pfeilen platziert. Weil dann werden sie auch direkt als Reihe angeritten. So, ich glaube, ich würde die aber ein bisschen weiter, so, ein bisschen weiter in die Richtung hier stellen. So, ich glaube, da kommt gerade jemand nach Hause. Man kann ja nie wissen, wer das ist. Da muss man ja erst mal bellen. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt. Zack. Und zack. Gut, dann stehen die jetzt erst mal da. Ähm, ich möchte jetzt erst mal die Standardsprünge aufstellen, die hier bei Sims halt eben dabei sind. Die Trimmelbare hätten wir dann noch. Und ich glaube, da war noch ein Ochser bei. So. Dann stellen wir die Trimmelbare, stellen wir hier hin. Wassergraben bauen wir erst mal nicht auf. Aber welches war denn der Ochser, der so im Spiel drin war? Hm. Das ist gar nicht so einfach, hier noch die regulären Sprünge zu finden, wenn man so viele Sachen runtergeladen hat. Ich weiß aber, dass da ein Ochser regulär im Spiel drin war. Muss ich noch mal gucken, welcher. Also diese Teile hier waren es nicht. Oder sowas hier. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Ah, der dürfte eben nur dieses Zeichen hier dran haben. Kein anderes. Hier ist er. Ein Boxer Ochser. Na sowas. So, und den stellen wir hier noch so auf. Zack. Aber dann möchte ich gerne die Farbe ein bisschen ändern. So, weil dann haben wir nämlich jetzt schon mal so ein bisschen was. Wie gesagt, ich werde hier auch noch einen Reitplatz aufbauen. Ähm. Aber das möchte ich jetzt... Das war das Falsche. Das möchte ich jetzt erstmal noch nicht machen. Das folgt noch. So, die würde ich nehmen. Und was nehmen wir hier? Nehmen wir hier vielleicht einen Rotton? Oder wir nehmen vielleicht... Ich bin ja, muss ich sagen, immer so der Fan bei Sims von diesen eher cremig-weißen Hindernissen. Ich mag das ganz gerne. Fragt mich nicht warum. Irgendwie habe ich mir das so angewöhnt, gerne bei diesen Naturhindernissen so ganz hellweiße Stangen zu nehmen. Wie gesagt, ich weiß nicht warum. So, speichere ich auch direkt erstmal ab. Zack. Gut. Und dann haben wir hier nämlich mal was, mit dem wir arbeiten können. Ähm. Romero, du kannst mal hier hinkommen und ich scheuche mich auch mal hier hin. So, gut. Ich hätte hier vielleicht trotzdem irgendwie mal eine Absperrung so ein bisschen hinbauen sollen, dass man da nicht so hingucken kann. Wenigstens mit Bäumchen, aber gut. Lassen wir erstmal so. Ähm. Hier nehmen wir Stangen weg. Und hier hinten nehmen wir auch Stangen weg. Das hat jetzt noch keinen Sinn, direkt mit so einer Höhe anzufangen. Wir müssen uns ja erstmal hier ein bisschen zusammenfinden. Mein Sim kann noch nicht wirklich gut reiten. Romero ist jetzt hier in, ist, ist hier auch noch nicht wirklich im Training. Von daher würde ich sagen, setzen wir erstmal auf. Ja, sehr schön. Ziehst du dir vielleicht mal was an? Was passendes? Ab, direkt wieder vom Pferd runter. Und Outfit wechseln in Sportkleidung. Gehst doch so nicht aufs Pferd drauf, hallo? So. Und jetzt sind wir hier soweit. Jetzt können wir nämlich erstmal springen üben. Da lernt nämlich unser Sim, sich auf dem Pferd zu halten, halbwegs gerade. Und Romero lernt das springen. Oh Gott, ich sitze da drauf wie so ein nasser Sack. Ich bagge ein bisschen mit dem Bein durch Romero durch. So, und jetzt geht es hier zurück. Hopp, 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 hopp. Das klappt doch schon super. Einige Pferde fühlen sich wohl, wenn sie auf dem Boden bleiben. Aber Romero hat einen anderen Weg eingeschlagen. Es erfordert viel Übung auf verschiedenen Parcours, um ein talentierter Springer zu werden. Doch mit Hingabe und dem richtigen Reiter könnte Romero irgendwas mit Springen machen. Ich hab zu langsam gelesen. Ach komm. Oh, ein Heißluft-Gong-Gong. Also Ballon heißt es klar, ich weiß, aber... Oh, was haben wir denn hier? Da war ich ja noch nie drauf. Da müssen wir definitiv auch mal hin. Schön, sowas direkt in der Nachbarschaft zu haben. Ist immer praktisch. Wut, ich habe gerade schlagartig meine Skills verbessert. Kann das sein, dass ich extrem ängstlich da drauf hocke? Ja. Gut, das lassen wir dann mal so hingestellt. Ich arbeite jetzt da hinten erstmal ein bisschen weiter. Gut, während Fabi den Honis was zu mampfen gibt. Er möchte ja Honey als besten Freund gewinnen. Dann sollten wir vielleicht mal... Ach guck, Romero hat schon mal Springen im Level 2 erreicht. Als Fähigkeit. Und hier sind die Waffeln vergammelt. Warum habe ich denn vergessen, die in den Kühlschrank zu stellen? Hä? Da stehen die Waffeln da vorne. Da gammeln sie auch nicht weniger. Na gut. Oh, Honey. Jetzt sage ich schon ho bei der Honey. Was ist los mit mir? Was geht da falsch? Pflege, bürsten. Bürste die Honey doch mal. Und bring ihr einen Trick bei. So. Und wie geht es Cinema? Unser werdenden Mama. Die muss ich noch ein bisschen ausruhen. Die muss jetzt... Braucht jetzt Schlaf für zwei. Ich bin so gespannt, was das für ein Fohlen wird. Wie das aussieht. So, und ich kriege ich auch endlich mal hier so ein bisschen Skills im Reiten. Ne, da wollte ich nicht hin. Fähigkeiten. Ja, immerhin... Auf Level 1. Das heißt aber gar nichts, weil soweit ich mich richtig erinnere, fängt man ja immer auf 1 an und nicht auf 0. Ich glaube, ich muss mir echt mal so ein Reitbuch kaufen. Also mal im Sim hier. Ich bin auch gerade nicht mehr wirklich in der Stimmung zu reiten, wenn ich mir das mal so angucke. Ich habe Hunger. Ich bin müde. Das reicht für heute. Ugh. Ich komme kaum noch runter. Ich bin fertig. Ugh. Ja, gut. Fabia ist noch relativ fit tatsächlich. Na ja, gut. Sag mal hier, der ist immer noch bei uns. Das ist doch auch irgendwie komisch. So, räum das mal auf und dann isst noch einen Rest vom Herbstsalat. So, hier. Reitenfähigkeit verbessern. Das pack mal da rein. Das wirst du so oder so irgendwann machen. Und ich sollte mal noch das Alltagsoutfit anpassen, beziehungsweise ein weiteres Alltagsoutfit anpassen. Alltagsoutfit wählen. Fabi trainiert. Wow. Was kommt da denn für ein Licht aus dem Kühlschrank? What the hell? Was macht Romero da? Romero könnte, glaube ich, auch alleine springen üben. Ja, Romero könnte auch alleine springen üben. Wir könnten ja mit ihm mal noch ein bisschen springen üben. Obwohl, nee, komm, lass sein. Der ist auch hundemüde. Er möchte an einem Springturnier für Anfänger teilnehmen. Das können wir doch gerne machen. Und er will einen Sprunggatter kaufen. Nee, komm, das nehmen wir erst mal raus. Aus Teich trinken. Das ist schön. Wenn ein Pferd einen so einfachen Wunsch hat, dann... Das können wir ihm gerne ermöglichen. Danach machst du aber ein Nickerchen und rufst dich auch ein bisschen aus. Oh wei, oh wei. Ich kippe hier gleich aus dem Latschen. Ähm. Nee, nicht Aussehen ändern. Das ging hier oben. Outfit planen war das. Und dann muss ich mich aber dringend hinlegen. Ich muss auch mal Wäsche waschen hier. So. Ralston, was machst du denn? Warum gehst du denn nicht mehr weg? Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, hier einen Hund zu haben, den wir nicht durchfuttern müssen. Also rein theoretisch. Er gehört ja nicht uns. Aber, ähm. Nicht, dass dich deine Familie hier irgendwie mal langsam vermisst. Das wäre ja auch nicht so toll. So. Wir machen ein weiteres Outfit bei der Alltagskleidung. So, brauche gerade ein bisschen. So. Gut. Was nehmen wir denn da mal Schönes? Ähm. Was eher Lockeres, was eher Lässiges. Aber, ähm, jetzt nicht so das Top, was wir eben schon hatten. Hm. Ich könnte diesen Pullover nehmen. Zum Reiten. Rein theoretisch. Könnte ich das tun, ja. Ich glaube, das mache ich, glaube ich, sogar. Ich glaube, das mache ich, glaube ich. Jo. Herzlichen Glückwunsch, Kaddi. So, eine Hose. Was nehmen wir denn da mal Schönes? Vielleicht dazu was Beiges. Die hier würde doch ganz gut gehen. Aber die hat, ich finde die nicht so schön vom Besatz her, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm. Das hier ist eine Kingsland-Reiterhose. Ich habe keine von Kingsland. Ich bin so der Pikör-Kavallo-Typ. Ähm. Aber ich habe Kingsland-Stiefelstrümpfe. Hm. Hier sind die, die ich gesucht habe. Weil die braune ist vielleicht auch nicht so schlecht. Aber die ist mir ehrlich gesagt, ist mir ein bisschen zu krass von der Farbe her. Komm, wir passen die hier mal eben ein bisschen an. Machen die hier in einem Beige. Was das für eine Farbe ist, das sehe ich gar nicht. Ich sehe in den Sachen so dick aus. Das stört mich so ein bisschen. Na ja, gut. Schuhe. Ähm. Ich hatte mir nämlich Reizstiefel runtergeladen und die dürften bei den Alltagssachen dabei sein. Das sind die Standard-Reizstiefel. Und wo sind die anderen? Hm. Müssen wir mal gucken. Ähm. 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 Hier. Die sehen nämlich viel, viel besser aus, wie ich finde. Oh je, aber die glänzen so extrem. Das glänzen finde ich ein bisschen too much, muss ich ehrlich sagen. Boah, guck dich das mal an. Kann ich das nicht, wenn ich das, wenn ich das hier so ein bisschen, kriege ich das so nicht matter? Nee, die glänzen immer. Oh, Gold. Oh Gott. Ähm. Ähm. Der Schnitt ist herrlich. Ja, aber die glänzen mir definitiv einfach zu sehr. Ich würde trotzdem sagen, das nehme ich jetzt mal als zweites Outfit. Ja, komm, machen wir. Machen wir, machen wir. Jetzt geht's aber ab ins Bettchen hier. Wobei das Outfit hier ist, fand ich dann trotzdem noch irgendwie schöner, das vorherige. Na gut. So. Fabi, Honey, was macht ihr da gerade Schönes? Sieht so aus, als ob sie Platz lernen soll. Oder doch, Sitz. Was macht das? Naja gut. Korbanza. Es ist süß. Ach, guck. Honey hat Sitz gelernt. Das ist doch wunderbar. Honey hat ins Wohnzimmer gemacht. Verstärkende Maßnahmen ausschimpfen für Ferkel sein. Das gibt's doch nicht. Mensch, Honey. Jetzt haben wir dir gerade was beige... Jetzt kommt gleich die Honey ja von außen, wenn sie denkt, sie ist gemeint. Jetzt haben wir dir gerade was beigebracht und... Och Mann. Och, Nani. Oh, Mausepuh. Du sollst nicht hier oben schlafen, da unten schlafen. Komm doch hier oben hoch. Du kannst sogar ins Bett, nein, komm. Aber hier solltest du drin schlafen. Und ich muss mal noch gucken. Der, 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 der packt gleich die Treppe. Was macht der denn da? So ein bisschen spinnt der schon, oder? Na. Okay, nimm dir mal noch einen, auch noch einen Herbstsalat. Warum ist hier eigentlich überall Wasser? Haben da überall die Hunde hingemacht, oder was ist da los? Also ich glaube, ich muss hier gleich mal den guten Ralston wegscheuchen. Der versperrt hier überall für unsere Hundis die, die Körbchen. Guck mal, die kommen da nicht hoch, weil der Ralston hier bergauf und bergab geht, ähm, und mir gleich verhungert, wenn er so weitermacht. Tier bitten zu gehen. Ach so, ja, wenn der jetzt abgehauen ist, dann kann er ja auch, ja, dann kann er rein theoretisch bleiben. So, Fabi schicken wir auch mal noch eben aufs Klo. Ne, nicht entspannen, schlafen soll er. So, Nanni, du haust dich jetzt hin. Du schläfst jetzt in deinem riesen Körbchen. So. Und die Hanni, die kaut noch ein bisschen. Die muss nämlich ihre Zerstörungswut noch irgendwie befriedigen. Gut, ihr Lieben, das war's aber für heute mit Sims 3. Und, ähm, damit auch für dieses Wochenende. Wenn alles glatt läuft, dann wird unter der Woche wieder Sims 4 kommen. Ich hoffe, es läuft alles glatt, denn da gibt's ja jetzt auch noch einiges für uns zu tun. In puncto Hochzeit und so. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und, ähm, ja, dann sehen wir uns nächsten Montag in Sims 4 wieder. Wenn, wie gesagt, alles glatt läuft. Und am Samstag dann wieder in Sims 3. Macht's gut. Tschüss.